herzlich willkommen zu einem neuen shop video ich habe jetzt schon gesehen es gibt wieder alte skins die schon wirklich lange lange nicht mehr drin waren im shop wieder zurück und die sogar ganz nice auf jeden fall sind ganz weinung jetzt anschauen es gibt auch noch ein paar andere neuigkeiten dazu jedoch in einem späteren video heute nachmittag mehr wenn euch die videos hier gefallen würde ich mich natürlich über ein abo freund schreibt gerne feedback in den kommentare oder ideen was ich noch für videos machen soll etc und jetzt schauen wir uns mal den item shop an wir haben heute die ganzen nfl skins wieder zurück und hier auf der linken seite schon ähnlich wie bei den fußball skins mit verschiedenen stilen die man aussehen kann einmal die ganzen nummern verschiedene teams die man wählen kann auch hier dann mit 2019 teilweise aktualisiert und waren auf jeden fall schon lange nicht mehr shop drin ich glaube das letzte mal vor einem jahr oder so der fasten im jahr ja das kennt ihr paar verschiedene vier männliche vier weibliche skins sehen ganz nett aus wobei ich auch die er als blauen skin sehen würde sie schon ähnlich wie die fußball skins dazu gibt es die pfeifen kriegerin sorgen sehr sehr beliebter skin den streifen soldat finde ich nicht ganz so cool den goldenen football den finde ich ganz nice auch in 500 wie wachs und das football tor er sieht er auch ganz witzig aus und dann noch die messhacke das was man ehemal typisch im football benutzt alles als skins und spitzhacken dazu noch passend cheerleading ist ganz nice der mode auf jeden fall haben wir den munitions major ist auch ein ganz nice das gehen nichts da kann man sich auf jeden fall auch kaufen dann haben wir den als ich kraft darf nicht jetzt nicht ganz so cool wobei die weibliche variante besser ist als männliche wenn es überhaupt weit als sieht schon weibliche aus genau finde ich aber trotzdem eigentlich ganz nett hier mit dem kam flash look in ordnung und dann gibt es noch den touchdown gleiter oben zum football im prinzip drauf und dann an den seiten ein footballfeld dann noch timeout immer alles passend zum zu den nfl skins zu american football wahrscheinlich ist irgendwie grad nfl liga oder so finale irgendwas in die richtung sonst wären die wahrscheinlich eher nicht hier drin das war es auf jeden fall mit dem shop ich hoffe euch hat das video gefallen und dann bis zum nächsten video ciao